richtig schön die schimmlinge luft einatmen und dann auf die lungenkrankheit hoffen die da kommt willkommen zurück zu silent hill 2 remake ich muss den zeiger noch mal anbauen und denn da habe ich noch letztes was gemacht als wir aufgehört haben zu spielen letzte folge ich habe den ich habe einfach spaß einfach warum gedreht und bei 9 ist eingerastet also da habe ich stehen lassen hat dann auf akzeptieren gedrückt ich hatte einfach so gefühl also irgendwie muss das unterbewusst der zettel in mir ausgelöst haben das scheint hier die kombination zu sein das rätsel und dann ist die tüte aufgegangen und da gehen wir jetzt rein ich verspreche ich war noch nicht drin jetzt mal kurz meine fingerabdrücke wieder irgendwo hinpacken meine freundin würde ausrasten wenn sie das spiel spielt stell dir grad fest die hast ja wenn menschen atmen ok es heißt wir werden einschlagen ja ein bisschen bob der baumeister spielen hier wir mussten durchbruch hin da kommt eine neue trockenbauwand vor dann legen wir dann die ganzen kabel das badezimmer kommt komplett raus oh nein rote kreuzer ach geil woher kommt denn die intention dass da jetzt was drin sein soll ich gebe mir den ärmel umgekrempelt die scheiße die ganze zeit an der jacke ich lasse hier mal kurz so eine weile hängen das sieht echt gemütlich aus ach dann du was haben wir denn da frau künzessen ist das von ihrem mann oh was ist jetzt los einer bei den arm aber das ist bestimmt gleich in der nächste szene wieder weg der ist richtig schön siffig ein täubchen ein täubchen das ist schlecht aber man muss zwischendurch schlecht sein ich übe ja noch ich meine jetzt eigentlich schon rüber ich muss doch mal testen okay hier war die vogelstange blups es herrscht ein ungleichgewicht in der tierwelt bei dem weg da ist die reinkriegen überall alles hier so schlecht ausgebaut ist einfach mit so viel zurecht denn jetzt dadurch dass die viecher stärker sind ach ist dafür drin habe ich jetzt doch ein bisschen mehr respekt hier und gerade die sache dass man denen nicht mehr so nahe kommen darf okay ist ernst man anschlag boah du kleiner rat den anderen vogel müssen wir zusammen basteln was sagst du du möchtest zurück an dein teich du brauchst trockenes brot ok guck was ich für dich tun kann ach so ein episch gruseligen moment erschaffen aber ich hätte auch einfach jetzt den flur lang gehen können aber warum warum sollte man sich das jetzt einfacher machen spiele schließlich silent hill jungen auf mitte runde wer hängt das in einer wand ich warte nur drauf das ist 100 prozentig ohne er spürt dass in den schubladen stelle ist ich mag die welt von unserem dreieck ihren freund nicht kommt schon james wir brauchen der zeug lang jetzt zu diese kosche ab ich wollte ne tapete oh das ist ja wie in diesen äh schlechten youtube videos guck mal immer wenn du direkt drauf leuchtest ah richtig krass paranormale gestalten weißt du wird man in der bibliothek gelesen haben gib mir die cathulhu knolle es hat ein herz unförmiges figurenteil das könnte ja alles sein creepypasta ah ja die kommen auf engsten raum wo ist er hin 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 so wir haben jetzt unförmiges figurenteil und wir haben komischen endenheits zusammenschrauben ist glaube ich keine option hier habe ich es gar nicht versucht oh war ich hier schon ach so die schlüssel haben wir nicht bekommen das ist auf jeden fall ein zweiteiler hier oder ist die ente am arsch verdorben tatsache aber ich kann hier bewegen anscheinend lustiges teil ja dann auch schon mal gibt ja dann liebhaber unter euch die so das spiel würde auch so diese resident evil dinger und dann siehst du mal diese rätsel und dann ich habe schon so oft ausgedacht wie ich mir so ein krankes herrenhaus baue einfach nur um diese rätsel einbauen zu können jetzt sieht es los hier ja 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 Geht ja keine Wahl. Da unten steht ja auch ein Text. Aber ich habe keine Möglichkeit da irgendwie ranzuzoomen oder so. Was ist das? Was soll mir das sagen? Hm. Eine Million? Irgendwann kommt der Zähler nicht mehr mit. Aber es wird ja jetzt auch. Man muss nicht bei dem Moment kommen. Wo wir uns mit der Dreiexfraktion schlagen dürfen. Oder uns bestimmt ein erster Schwung mehr an Gegner entgegengeworfen wird. Hier Niziki. Komm schon, steck ihn rein. Nein. Hallo. Ich bin Agent Molder. Ich komme um diese paranormale eigene Dusche in der anderen Apartment zu klären. Ja, ne? Ich hätte so ein bisschen Bock, ne? Das hat... Ich weiß, das gehört hier wahrscheinlich überhaupt nicht rein. Weil das damals in der Form auch nicht gab. Aber ich habe Bock, so ein bisschen meine Waffen aufzurüsten. Für ein bisschen mehr Schaden. Und ein bisschen mehr Magazinkapazität und so. Aber ich weiß, es ist kein Resident Evil. Oh! Was macht sie denn da? Angela? Es ist du. Ja. Ich bin James. Angela. Angela. Okay. Ich bin nicht sicher, was du planst, aber... Es gibt immer eine andere Art. Ich bin nicht wie du. 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 Are you afraid? Sorry. Es ist okay. Okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? I don't know. What did you say? How did you know that? Well... I just figured, cause this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Yeah. Sorry. Did you find a person that you were looking for? Not yet. Her name is Mary. She's my wife. I'm sorry. No, it's okay. I don't know why I think she's here. She... She died three years ago. She's dead? Well, don't worry. I'm not crazy. At least I don't think so. I have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? I... Will you hold it for me? No... Sure. No problem. If I kept it... I'm not sure what I might do. Don't! What? I'm sorry! I've been bad! Please don't! Please stand alone. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. What? I'm sorry. You're sorry. Darling? Oh, no. I'm sorry. Sorry. You're angry. Angellas Messer. Schüssel der Residenz. Ist jetzt aber keine Waffe, oder? Nee. Kurz, einfach nur Angellas Messer. Äh, äh. Get down tonight. Get down. Do a little dance. Take a little low. Get down tonight. Get down. Okay. Warte, also ich mach echt mal... Was ist hier los? Was ist mit ihr? Alles nur so massiv... Also richtig extrem... Kryptisch. Keiner kommt hier aus dem Quark. Alle sind irgendwie da. Keiner weiß warum. Okay. Durchatmen, James. Durchatmen. Wird mir eh schon mal einen Kaffee kochen, oder? In dieser surrealen Welt. Oder 10. Gehen. Ich hab Schatten gesehen. In Ordnung, Freunde. Lasst uns mal hier den Papierwegweiser aufklappen. Da hinten, ne? Das, was ingekringelt ist. Bei 111. Da ist dann fehlt ein Schlüssel, glaube ich. Langsam wiss ich ja, wie James die Dinge markiert. Ich nehm das mal als gegeben hin. Hä? Achso. Tschö. Die Residence. Willkommen beim schönen Teil. Och, fuck off, Alter. Ich... Ich kenn diesen Pfeil nicht. Ich weiß nur, dass es ihn gibt. Weil, was ich immer gesehen hab, ist, dass Leute irgendwie blöd auf die Birne beifeuern. Und ich mich immer gefragt hab, macht das Sinn? Also, muss man das so tun? Dass mir das Gehör da drin platzt, oder so? Ich weiß nicht. Weil ansonsten sah das immer alles nur nach Abprallern aus. Und nicht durch Schlägen. Wie? Wie? Ich nix Ahnung von Musik. Von klassisch Musik. Wo ist die denn hin? Die war doch immer hier. Oder es. Eine heimliche Foto-Session, die macht hier, wa? Forever together and always. 16. So, schreibt es in die Kommentare. Stalagniten oder Stalaktiten? Ich verjahre es immer wieder. So, wo sind wir geschlüpft? Ah, okay, macht ja auch Sinn. Quasi direkt neben dem Uhrenzimmer. Genau, und da bauen wir jetzt den Zeiger an, den wir mitgefunden haben. Ihr seid ohnehin da, das freut mich. Wo steht ihr eigentlich? Ich stehe nochmal. Hallo. Jetzt können wir, glaube ich, das hier mal überschreiben, ja. Aber ich denke, wir kommen echt gut durch. Wir haben Munition. Wir haben Heilung. So. 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 Weiß nicht, ne? Nach Westen. Man kann hier schön Try and Error machen. Das war das anscheinend nicht. Sah ihren Abstieg nicht. Upsi. Es muss ja... Hängt jetzt auf dieselbe Stelle stehen? Ne. Ja, doch. Hä, könntest du das mal ausprobieren? Das hat man schon. Ich frag mich, was hier am Ende rauskommt. Ich hab hier einfach der Zeiger drin liegen müssen. Das Zimmer hier hat sich auch verändert. Ich frag mich, wo es jetzt hingeht. Na, jetzt weiß ich schon wieder nicht, was noch... ...was vorher verschlossen war, so wisst ihr? Na gut, aber wir machen hier erstmal ein Päuschen. Ich leg mir erst mal kurz hier aufs Sofa. Ich denk, das mach ich. Und ihr haut euch auch hin oder was auch immer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Silent Zwill. Jetzt heißt es Silent Zwill 2, Freunde. Haut rein. Ah, ich muss auch im Bett.